Hallo, hallo! Heute üben wir für die Goethe-B2-Prüfung Schreiben Teil 1. Ich habe in diesem Video folgende fünf Beispiele für euch. Zuerst einen Beschwerdebrief zum Thema Hotelaufenthalt. Dann habe ich zwei Forumsbeiträge. Einmal zum Thema Risiken eines Lottogewinns und zum Thema Billigflugreisen. Dann kommt ein Leserbrief an eine Zeitung zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr als Reaktion auf einen Artikel in der Zeitung. Und zum Schluss kommt ein Bewerbungsschreiben an eine Handelsfirma. Los geht's mit den Beispielen. Beginnen wir mit einem Beschwerdebrief. Wir waren in einem Hotel und die Reise war schlecht. Wir sind enttäuscht. Zuerst einmal beginnen wir mit sehr geehrte Damen und Herren. Das ist das Erste, was wir mal hier schreiben. Und jetzt beginnt einmal die Einleitung. Wir müssen erklären, was passiert ist. Das ist einmal das Allerwichtigste. Ich schreibe Ihnen bezüglich meines Hotelaufenthalts, der im Rahmen einer Pauschalreise von Ihrem Unternehmen organisiert wurde. Du erwähnst, was das genau war. Eine Pauschalreise. Leider muss ich sagen, dass ich mit meinem Aufenthalt in Ihrem Hotel sehr unzufrieden war. Das ist einmal die Einleitung, damit die Leute wissen, worum es geht. Und jetzt erklärst du der Reihe nach, was alles nicht in Ordnung war. Du kannst mal beginnen. Zunächst einmal war das Zimmer, das mir zugewiesen wurde, nicht sauber. Das ist einmal ein Problem, das du hier nennst. Es gab Staub auf den Möbeln und im Badezimmer waren noch Haare von den vorherigen Gästen zu finden. Also das heißt, das ist einmal ein Punkt, nicht sauber. Darüber hinaus, und jetzt gehst du schon zum nächsten Punkt und erklärst, was noch ein Problem war, funktionierte das WLAN im Zimmer nicht, obwohl es in der Beschreibung der Pauschalreise inklusive war. Das heißt, einmal hast du fehlende Sauberkeit, dann hast du noch einmal kein Internet. Und damit beginnt schon die ganze Beschwerde sehr, sehr flüssig. Jetzt kommt das nächste Problem, ein drittes Problem auch noch, und zwar, das war das Essen. Jetzt kannst du sagen, ein weiteres Problem, ja, zunächst darüber hinaus, ein weiteres Problem war das Essen im Hotelrestaurant. Du kannst auch sagen, weiters gab es ein Problem mit dem Essen im Hotel. Weiters gab es ein Problem mit dem Essen im Hotelrestaurant. Also du kannst auch weiters isoliert benutzen. Zunächst darüber hinaus weiters. Das Frühstücksbuffet war sehr enttäuschend und das Essen schmeckte nicht frisch. Ja, also du hast hier das dritte Problem, nicht frisch und es schmeckte nicht gut. Auch das Abendessen war nicht besonders ansprechend und die Auswahl an Speisen war sehr begrenzt. Also hier erwähnst du, ja, es hat nicht gut geschmeckt, es gab nicht viel Auswahl. Okay, und jetzt gehst du weiter zum Abschluss der E-Mail und jetzt sagst du noch die Worte am Ende. Ich bin enttäuscht von meinem Aufenthalt in ihrem Hotel und möchte um eine angemesse Entschädigung bitten. Ich möchte eine Entschädigung. Also das ist das, was du hier verlangst, ja, denn du bist enttäuscht. Ich denke, dass ich für die Unannehmlichkeiten, die ich während meines Aufenthalts erlebt habe, eine Rückerstattung des Preises verdient habe. Das ist sehr höflich, formell ausgedrückt, dass du unzufrieden bist und dass du dein Geld zurückhaben möchtest. Und jetzt kannst du noch zusätzlich schreiben, ich hoffe, dass sie meine Beschwerde ernst nehmen. Ich hoffe, ja, du sagst, was du erwartest und dass sie eine schnelle und zufriedenstellende Lösung für dieses Problem finden werden. Also du warnst das Hotel, dass du bitte ernst genommen werden möchtest. Und dann schreibst du abschließend mit freundlichen Grüßen und dann schreibst du noch deinen Namen, Vorname und Nachname nach unten. Und das ist einmal der erste Brief in diesem Video. Ein Beschwerdebrief. Und weiter geht's mit einem Forumsbeitrag zum Thema Risiken eines Lottogewinns. Und weil das im Forum ist, schreiben wir mal Hallo alle zusammen. Das muss nicht so formell sein. Ein bisschen lockerer ist schon okay so. Ich denke, das Thema Lottogewinne ist interessant und es gibt viele Meinungen darüber. Einige glauben, also einige Leute, glauben, dass ein Lottogewinn das Leben komplett verändern und viele Vorteile bringen kann. Während, ein sehr gutes Überleitungswort, während andere der Meinung sind, dass ein Lottogewinn mehr Risiken als Vorteile mit sich bringt. Vorteile, Nachteile oder auch Risiken ist ein gutes Stichwort hier. So, das ist mal eine gute Einleitung und dann gehst du weiter und kannst mal deine eigene Meinung hier mitteilen, indem du zum Beispiel sagst, Ich persönlich denke, dass ein Lottogewinn tatsächlich einige Risiken mit sich bringen kann. Und jetzt gibst du ein paar Beispiele. Beispiel Nummer 1. Ein plötzlicher Geldsegen kann dazu führen, dass die Gewinner den Wert von Geld und Arbeit nicht mehr schätzen und sie verschwenderisch damit umgehen. Das ist mal ein Risiko, ein Problem, das entstehen könnte. Und dann hast du wieder Darüber hinaus, das ist eben ein super Wort, um etwas weiter auszuführen, um einen anderen Punkt aufzuzählen. Darüber hinaus kann ein Lottogewinn auch das soziale Leben der Gewinner beeinträchtigen. Sehr wichtiger Punkt, dass sie möglicherweise von Freunden und Verwandten ausgenutzt werden. Ja, man kann ausgenutzt werden, wenn man auf einmal mehr Geld hat. Und jetzt kannst du noch eine andere Sichtweise hinzufügen, indem du sagst, Aber, ganz wichtig, hier eine Wendung, aber ich denke auch, dass ein Lottogewinn nicht nur Nachteile mit sich bringt, wenn, und jetzt gibst du eine Möglichkeit, also wenn A ist, dann passiert B. Wenn er richtig verwaltet wird, kann ein Lottogewinn das Leben von Menschen verbessern. Es kann, er kann das Leben verbessern, und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Träume zu verwirklichen. Natürlich, wenn man mehr Geld hat, dann kann man natürlich auch finanziell mehr Dinge machen. Der Gewinn kann dazu beitragen, dass man ein besseres Leben führt oder Schulden begleicht, auch ein gutes Thema, ein gutes Beispiel, und lang gehegte Wünsche erfüllt. Also da geht es sehr viel um das Wünsche erfüllen, Dinge machen, die man vorher nicht machen konnte. Und das kann natürlich ein ganz, ganz guter Punkt sein, warum ein Lottogewinn auch etwas Positives hat. Und jetzt geht es weiter, im Mittelteil, meiner Meinung nach sollten die Gewinner eines Lottogewinns gut beraten und unterstützt werden. Also jetzt gibst du auch irgendwie einen Tipp, du gibst einen Ratschlag, was man in dieser Situation machen sollte. Ganz wichtig, mit meiner Meinung nach ein super Start für diesen Absatz. Sie sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass das Leben auch nach einem Lottogewinn weitergeht. Und es wichtig ist, sich um die Zukunft und die finanzielle Stabilität zu kümmern. Die finanzielle Stabilität ist sowohl vor als auch nach einem Lottogewinn ein ganz wichtiges Ziel. Also hier gibst du einen Tipp, was wichtig ist, was man tun sollte. Also du zählst vorne zuerst einmal Probleme auf, Vorteile, Nachteile. Was ist die Situation generell? Und hier sagst du dann, was du machen würdest oder was deine Sichtweise ist. So, und dann geht es noch zum Abschluss dieses Forumsbeitrags, in dem du einfach fragst, wie seht ihr das Thema? Also ihr könnt einfach sagen, du musst nicht sagen, wie sehen sie das Thema? Du kannst auch ihr schreiben. Wie seht ihr das Thema? Teilt eure Gedanken und Meinungen gerne mit uns oder mit mir? Kannst du auch sagen hier. Und damit, noch mit beste Grüße oder alles Liebe, mit einem Abschlussgruß, ist dann dieser Forumsbeitrag und mit deinem Namen eigentlich schon beendet. beendet. Also so kannst du einen Forumsbeitrag zu diesem Thema schreiben. Und ich hoffe, dass auch dieser Brief, dieses Beispiel für euch nützlich war. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Und wir starten das nächste Thema. Billigflugreisen. Wieder ein Forumsbeitrag. Das heißt, wir nehmen guten Tag an alle. Klingt sehr gut. Und dann machen wir mal eine kleine Einleitung, eine Einführung zu dem Thema. Wie zum Beispiel. Ich denke, das Thema Billigflugreisen ist eine kontroverse Debatte, die viele verschiedene Meinungen hervorruft. Und jetzt hast du eine tolle Konstruktion, in der du sagst, einerseits bieten Fluglinien günstige Flüge und ermöglichen es Menschen mehr von der Welt zu sehen. Andererseits können diese Flüge negative Auswirkungen auf die Umwelt und die lokale Wirtschaft haben. Das heißt, du beginnst schon einmal abzuwägen, was sind die Pro-Punkte, was sind die Kontra-Punkte. Der nächste Absatz, das war jetzt mal die Einleitung, ist eine Vertiefung deiner eigenen Meinung. Persönlich finde ich, das kannst du wieder so sagen, dass es wichtig ist, die Auswirkungen von Billigflugreisen auf die Umwelt und die lokale Wirtschaft zu berücksichtigen. Hier müssen wir Auswirkungen berücksichtigen. Das ist eine sehr schöne Konstruktion für B2. Dann sagst du, es ist kein Geheimnis, dass Flugreisen eine der größten Quellen für Kohlenstoffemissionen sind, die den Klimawandel verursachen. Also Problem Nummer 1. Eine wichtige oder eine große Quelle für Kohlenstoffemissionen. Und wieder haben wir da darüber hinaus können Billigflugreisen dazu führen, dass touristische Aktivitäten und Dienstleistungen außerhalb der touristischen Zentren untergehen. Also das heißt, nur die touristischen Zentren bekommen das ganze Geld und sonst fließt das Geld nirgendwo anders hin. Und das ist eine negative Auswirkung. Und dann gibst du wieder einen anderen Standpunkt, in dem du sagst, auf der anderen Seite ist es jedoch auch wichtig, den Zugang zu Reisen zu erleichtern. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Dass auch Leute mit nicht so viel Budget reisen können. Und Menschen die Möglichkeit zu geben, die Welt zu entdecken. Also das ist eine tolle Sache, wenn man andere Länder sehen kann, wenn man andere Kulturen sehen kann. Es gibt viele Menschen, die sich Flugreisen ohne das Angebot von Billigflugreisen nicht leisten könnten. Wichtiger Punkt, den man hier erwähnen muss. Und dann geht es wieder in Richtung Abschluss und was für einen Tipp du geben könntest oder einen Ratschlag. Was könnte man denn machen, um diese Situation zu verbessern? Meiner Meinung nach liegt die Lösung in der Förderung nachhaltigerer Reisemöglichkeiten und der Unterstützung lokaler Unternehmen und Initiativen. Also Nummer 1 umweltfreundlichere Reisemöglichkeiten fördern und lokale Unternehmen stützen, unterstützen. Wir sollten auch die Umweltauswirkungen von Flugreisen minimieren, indem wir alternativen Transport und saubere Flugzeuge fördern. Also den Zugfahren zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit. Und dann schließt du diesen Absatz ab, indem du letztendlich sagst, letztendlich denke ich, dass es wichtig ist, sowohl die Vorteile als auch die Nachteile von Billigflugreisen zu berücksichtigen und nachhaltigere Lösungen zu finden. Also das Ziel sollte sein, langfristig zumindest, nachhaltigere Lösungen zu finden, die sowohl der Umwelt als auch der Wirtschaft zugutekommen. Also wir haben immer diese zwei Themen, Umwelt und Wirtschaft, die hier in Beziehung zueinander stehen. Das ist ein super, eine super Möglichkeit, hier interessante Meinungen dazu zu schreiben. Umweltwirtschaft, wie kann man die beiden sagen wir fair behandeln. Und dann schreibst du noch den Abschluss, indem du sagst, was denkt ihr dazu, wie es im Forum so ist, was denkt ihr über das Thema Billigflugreisen, ich freue mich auf eure Meinungen. Dazu sagen, herzliche Grüße oder wir schreiben auch gerne alles Liebe oder viele Grüße und noch unten deinen Namen. Und so kannst du einen Formsbeitrag zu einem Thema wie zum Beispiel Billigflugreisen schreiben. Hoffentlich war es nützlich. Gehen wir zum nächsten Thema. Weiter geht es mit einem Leserbrief an eine Zeitung als Reaktion auf einen Artikel zu dem Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Und deswegen schreiben wir vorne sehr geehrte Redaktion, damit wir hier ausdrücken, dass wir eine Zeitung schreiben. Und dann beginnst du mal die Einleitung mit großem Interesse, das sagen wir eben so, einleiten sehr gerne auf Deutsch, habe ich den Artikel Sicherheit im Straßenverkehr in ihrer Zeitung gelesen und möchte gerne meine Meinung dazu äußern. Und dann beginnst du eben hier darüber zu referieren und du kannst da mal den Autor erwähnen und deine Meinung dazu ausdrücken. Ich stimme dem Autor des Artikels vollkommen zu, dass die Sicherheit im Straßenverkehr eine wichtige Angelegenheit ist. Also, ich stimme vollkommen zu, dass diesmal ein Startpunkt hier es ist traurig zu sehen, hier beschreibst du eine Situation, wie viele Menschen jedes Jahr durch Verkehrsunfälle verletzt oder getötet werden. Und dann nimmst du noch Bezug auf den Artikel und sagst, was hier genau passiert. Der Artikel macht deutlich, dass es noch viel zu tun gibt, um die Straßen sicherer zu machen. Und dann vertiefst du wieder den Artikel, indem du eine Idee aufgreifst. Besonders gut finde ich die Idee und dann erklärst du das, mehr für die Ausbildung von jungen Fahrern zu tun. Hier ist mal so ein Ratschlag oder ein Tipp, der im Artikel genannt wird und den du gut findest. Es ist wichtig, dass sie frühzeitig lernen, wie sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen und welche Verhaltensregeln zu beachten sind. Und dann beziehst du dich auf eine weitere Idee, indem du sagst, auch die Idee, mehr Aufklärungskampagnen für Autofahrer zu starten, finde ich sehr gut. Und dann beziehst du dich auf einen weiteren Sachverhalt viele Unfälle entstehen durch Unaufmerksamkeit oder Fehlverhalten von Autofahrern. Hier nennst du ein Problem und es ist wichtig, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und sich entsprechend verhalten. Dann gehst du weiter und zeigst auch einen Kontrapunkt. Du zeigst wieder eine andere Perspektive und das kannst du so sagen mit Allerdings denke ich, dass der Artikel nicht ausreichend auf die Rolle von Radfahrern und Fußgängern eingeht. Diese Rolle ist auch ganz entscheidend. Auch sie tragen zur Sicherheit im Straßenverkehr bei und müssen sich an bestimmte Regeln halten. Es wäre wichtig, hier gibst du einen Vorschlag, in dem du sagst, es wäre wichtig, auch diese Aspekte in Betracht zu ziehen und gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Sicherheit zu verbessern. Also Radfahrer und Fußgänger haben auch eine Verantwortung. Das ist auch wichtig zu erwähnen, nicht nur die Autofahrer. Deswegen können wir dazu schreiben, auch Radfahrer und Fußgänger haben gleichermaßen eine bestimmte Verantwortung im Straßenverkehr. und dann gehst du zum nächsten Absatz, in dem du hier insgesamt benutzt. Das ist so abschließend schon, weil alles zusammen, du kannst sagen insgesamt oder eine andere Möglichkeit ist alles in allem. Du kannst auch sagen abschließend sagen, denke ich, dass dieser Artikel eine wichtige Debatte anregt und ein dringliches Thema anspricht. Dann kannst du noch dazu sagen, was deine Wünsche sind. Mit ich hoffe, ich hoffe, dass die Behörden und die Gesellschaft als Ganzes sich mehr für die Sicherheit im Straßenverkehr engagieren und gemeinsam daran arbeiten, die Zahl der Verkehrsunfälle und Opfer zu reduzieren. Das kann so als Ziel genannt werden und was ein wichtiger Punkt eben beim Thema Straßenverkehr ist, die Opfer, die Leute, die verletzt oder vielleicht sogar umkommen, getötet werden, leider. Abschließend wieder vielen Dank für die Veröffentlichung des Artikels. Hier kannst du dich bedanken. Vielen Dank für etwas. Und die Möglichkeit, du bedankst dich auch für die Möglichkeit, deine Meinung dazu zu äußern. Dann schreibst du mit freundlichen Grüßen, das ist eigentlich so die, sagen wir mal formelle Möglichkeit, einfach an eine fremde Person einen Abschluss hier zu schreiben. Und dann schreibst du noch deinen Namen natürlich. Zuerst einmal Vorname, Nachname. Und das ist im Grunde eine Möglichkeit, wie du auf einen Artikel reagieren kannst, der von einer Zeitung herausgegeben wurde. Ich hoffe, das Video war ja auch hier wieder hilfreich. Gehen wir zum nächsten Thema. Jetzt schreiben wir eine Bewerbung. Und zwar geht es um eine Stelle als Verkaufsassistent oder Verkaufsassistentin in einer deutschen Handelsfirma. Wir können dieses Bewerbungsschreiben mit sehr geehrte Damen und Herren beginnen. Das ist die normale, formale Anrede bei solchen Situationen. Und dann kannst du mal beginnen, dass du diese Stelle gelesen hast und dass sie dich sehr interessiert. Wieder mit großem Interesse habe ich ihre Stellenausschreibung für eine Position als Verkaufsassistentin in ihrer Handelsfirma gelesen und bewerbe mich hier mit um diese Stelle. Das ist so ein typischer Satz, mit dem man das beginnen kann. Und dann musst du natürlich anfangen zu beschreiben, was für eine Ausbildung du hast und was so die Details hier sind. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel. Wenn es ein Mann ist, dann sagst du als Kaufmann im Einzelhandel. Und eine abgeschlossene Ausbildung ist ein Schlüsselwort hier. Und alles ist immer dieses Verbindungswort mit dem Beruf. Und konnte bereits mehrere Jahre Erfahrung in diesem Bereich sammeln. Wir sammeln hier Erfahrung. So sagt man das auf Deutsch. Dabei habe ich meine Fähigkeiten im Bereich des Verkaufs, der Kundenberatung sowie in der Organisation von Arbeitsabläufen und der Planung von Verkaufskampagnen unter Beweis gestellt. Also du sagst, was du alles gemacht hast und in welchen Bereichen du schon gearbeitet hast. Und hier sind so ganz häufige Stichwörter wie Verkauf, Kundenberatung, Organisation von Arbeitsabläufen, Planung von Verkaufskampagnen. Kann man sehr, sehr oft in verschiedensten Bewerbungsschreiben verwenden. Und dann kannst du im nächsten Absatz beschreiben, was du in deiner letzten Anstellung gemacht hast, in deinem letzten Job. Und das war hier einmal die Unterstützung des Vertriebs. Und du kannst das mit, ich war für etwas verantwortlich, so beschreiben. Hierzu ist ein bisschen schriftlicher. Hierzu gehörten unter anderem Nummer 1 die Erstellung von Angeboten, die Nachverfolgung von Aufträgen. Das ist einfach sehr viel Wirtschaftsdeutsch hier. Die Organisation von Lieferungen und die Kommunikation mit Kunden. Sehr viele Fachwörter, aber gut. In B2 beginnen wir langsam diese schwierigeren Vokabeln auch zu verwenden. Ich habe dabei meine Fähigkeiten in der Kundenbetreuung und in dem Verkauf weiterentwickelt. Kundenbetreuung und Verkauf eben zwei Dinge hier, zwei Schlüsselpunkte. und konnte meinen Teamkollegen bei der Planung und Umsetzung von Verkaufsstrategien unterstützen. Also Verkaufsstrategien planen und umsetzen. Ja, und dann geht es weiter, dass du sagst, dass deine Kenntnisse sicher sehr nützlich sein werden für diese Handelsfirma. Indem du sagst, ich bin davon überzeugt, dass ich durch meine Kenntnisse und Erfahrungen diese zwei Dinge. Einmal auf der einen Seite die Kenntnisse und auf der anderen Seite die Erfahrungen eine wertvolle Unterstützung für ihr Unternehmen sein kann. Da sagst du, ich arbeite gerne im Team, aber auch selbstständiges Arbeiten stellt für mich kein Problem dar. Ja, also du sagst, dass du beides irgendwie hinkriegen kannst. Durch meine zielorientierte Arbeitsweise und meine Fähigkeit, schnell auf neue Herausforderungen zu reagieren, du kannst also schnell reagieren, bin ich in der Lage, auch unter hohem Arbeitsaufkommen effizient und effektiv zu arbeiten. Und dann sagst du, ich bringe auch eine umfangreiche Erfahrung in der Nutzung von Excel. Hier kannst du sagen, was du genau gelernt hast, was du kannst. Und dann geht es weiter, indem du sagst, ich bin flexibel und offen für neue Erfahrungen und Herausforderungen und ich bin bereit, meine Kenntnisse und Fähigkeiten kontinuierlich zu erweitern und zu verbessern. Also du möchtest gerne dazulernen, wenn es nötig ist. Ihre Handelsfirma mit ihrer erfolgreichen Geschäftsentwicklung ist für mich eine äußerst attraktive Arbeitsumgebung. Also du sagst, dass du gerne bei ihnen mitarbeiten möchtest. Und ich würde mich sehr freuen, ein Teil ihres Teams zu werden. Ja, und damit stehen wir schon beim Abschluss. Und dann sagst du, dass du eben gerne ein persönliches Gespräch führen würdest. Und das ist dann mit diesem Satz hier gesagt. Für ein persönliches Gespräch stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Abschließendes Wort und dann mit freundlichen Grüßen. Dann kannst du noch einen Namen sagen, wie zum Beispiel Hans Meier. Oder wenn sie eine Frau ist, Ina, Meier und so weiter und so fort. Vorname und Nachname. Und das war eine Möglichkeit, wie man ein Bewerbungsschreiben strukturieren kann.